Ashton Kutscher Stimmt es? Bekommen Mila Kunis und Ashton Kutscher ein Mädchen? Das behauptet zumindest Us Weekly, nachdem viele Quellen es bestätigten. Es sieht so aus, als würde Ashton bald zwei Damen im Haus haben. Das wird ihm mit Sicherheit nichts stören. Weiter wurde berichtet, dass der zukünftige Vater Kutscher sich gut um seine Frau kümmert und bereits Verabredungen mit Kindern von Freunden organisiert. Natürlich hat Ashton Erfahrung in Sachen Vaterrolle. Er war berühmterweise der Stiefvater der drei Mädchen von seiner Ex-Frau Demi Moore. Daher weiß er wohl, wie das Spiel läuft. Es wird gesagt, dass Mila es liebt, schwanger zu sein. Aber seit die ersten Berichte darüber aufkamen, hüllt sie sich in Schweigen. Wir können es von der Seite betrachten. In ein paar Monaten kennen wir die Wahrheit. Woordelsfall vor es im Hinzu und in den Augen mit denen Sie draufhleichen. Bis zum nächsten Mal. In ein paar Produzentået. Bleistet der Sitzustelle. Untertitelung des ZDF, 2020